sollo und willkommen zu der freige minecraft master bilder sind so was gibt es hier ur stadion unter was unter dem meer war da was ok ok da muss ich mich wirklich anstrengen ok unter dem meer all right all right was kann unter dem meer machen unter dem meer wolle brauche ich für das dings ja ich glaube ich auch wieder so ein dings ich mache so ein mega london kennt ist ein mega london ich mache mal wieder hier so ein so ein halbes also das was man praktisch rein schauen kann das zu 2d ist wenn ihr wisst dass ich meine ganz schnell wir haben den hier dem pro modus haben wir heute drinnen das heißt zehn minuten die zehn minuten schnell hier ob ich darf nicht so schnell bau und film darauf zehn minuten ist genug zeit hier all right ich habe nicht so schnell bauen und eigentlich kennt den boden dann spreche ich mir voll viel zeit eigentlich aber ich habe zehn minuten also alles gut und ist guti guti gutis aber dann schreibt es schon pro tools war mal es gibt pro tools 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 pro tools was denn das selection tool left and right which can be modified with other tools field tool field tool ist relativ cool wie geht das field tool selector egal ich verstehe es nicht einfach ganz normal egal pro tool es gibt irgendwie sowas pro things irgend sowas das dass man hier alles füllen kann das heißt praktisch das was ich gerade mache in einem machen kann ich weiß gar nicht wie das geht deswegen ah ist ein bisschen schwierig aber ich will so unter dem meer machen also das ist unter dem meer einfach unter wasser mache ich das hier so fische und alles mache ich hin also 3d wenn ihr wisst was ich meine es könnte cool werden wenn ich schaffe fertig zu machen also ich bin hier gleich fertig mit dem untergrund als erstes sand hier nachher mache ich gleich oben das wasser so als habe ich schon mal untergrund sie das heißt ich warum hier hoch und nach hier so oben sicher wellen sagen wir ganz schnell irgendwie ich darf dich zu aufwendig machen also es muss halt schon andeuten hier was dass das unter wasser ist wenn ihr wisst was ich meine ich muss das noch irgendwie hier weiter dingsen ich werde noch rüber ziehen so bis ganz rüber am besten ja sieben minuten soll sich ausgehen das hier so wellen darstellen soll das ist das ist das all right ich weiß gar nicht eigentlich was wir überdrehen können das heißt ich könnte ich genau äh folge folge hier in aquana war in aquana schon wieder hier in scarlet wollte ich auch sagen hier soll ich mal normal hier facecam machen auch in normalen videos wie in masterbuilders das ich wollte das dann schreibt mal das in kommentare ja wie gesagt ich würde mich halt immer freuen hier über einen kommentar und ein like hier sicher likes und kommentare und das motiviert einfach viel mehr als ihr denkt hier das motiviert halt jeden youtuber nicht nur mich ich hätte nicht ganz am rand so die kise dings machen sollen die kise wolle das soll ja so die wellen darstellen wenn ich zusammen kriegt dass ich alles schaffe hier habe ich echten pro aber sonst wäre es nicht so cool wenn ich das jetzt nicht schaffe hier ok innen noch drinnen so ganz schnell wer hat noch auch schon mal so einen typen der so richtig großen bunker gebaut so ein riesig tempel meine ich natürlich den riesig großen tempel das passt schon hier irgendwie so soll praktisch das was hier drüber darstellen so dann ist das hier das wasser hier all right das sollte dann passen hier das heißt hier runter brauche ich so uviel pflanzen und so pink das ist pink ist hier korallen und red oder brauche ich so red ne warte red 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 hier brauche ich so korallen hier korallenriffe ich weiß nicht ich warte schon mal irgendwie tauchen oder so ich war noch nie tauchen aber ich habe schon viele videos hier gesehen von solchen korallenriffen oder so es sieht eigentlich relativ cool aus hier auch tauchen ist auch generell cool ich weiß nicht vielleicht werde ich auch mal tauchen i don't know Ich geh halt nicht Keine Ahnung, ans Meer finde ich nicht Urlaubs so cool Keine Ahnung, ich weiß nicht Ich kann auch in den Kommentaren schreiben, wo ihr wart hier Ähm, im Urlaub Ist hier ein bisschen Sowas Alright So, so, so Bisschen sowas Und hier baue ich jetzt ganz schnell Ein Hai hin So Irgend so mega loader Ich weiß jetzt nicht, wie ich das ganz genau bauen soll Hier Ähm, ich kann nur so in etwa Irgendwie, ich kann mit Endersize Glaube ich auch am besten hier Eventuell, ich könnte mit Grauer Wolle bauen Aber egal Egal, egal, das passt schon hier Dürfen sich zu viel Zeit verschwenden So, ähm Wolle Soll ich das ersetzen Hier ist Wolle Ich glaube hier nur oben Als Wolle und unten ist Dings Alright So, so, so Ah, das wird glaube ich nicht so gut Aber Doch, ich glaube Ich glaube jetzt Passt eigentlich So, jetzt noch hier so Und hier kommt erst Der richtig gute Teil hier Das heißt, dass ich praktisch Ähm Ähm Quarz bräuchte nämlich Und hier Doch, das sieht glaube ich gut aus, oder? Hier glaube ich so Ah, nein Wie soll ich das bauen? Äh, soll ich Hier irgendwie Dings Äh, ich weiß es nicht Wie sieht ein Hai aus, actually So kann ich den bauen Hier, so, so Also hier auf der Seite Dings sind Wie sich die Zähne bauen Fahre ich mich gerade Slap Irgendwie Slap Slap, Slap Slap So, irgendwie Doch, das war schon irgendwie Das heißt, ich mache irgendwie Button Und ich kann, ich kann so Genau, ich kann so Ähm Koff für MPC-Kampf Äh, Blöcke Ich weiß, es gibt Komplett dunkle Blöcke Äh, zurück, zurück, zurück Äh, Colors Glaube ich Ne, 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 ne Colors Äh, Kopf, Kopf, Kopf Color Ähm Ganz schwarz Ja, grau Ja, schwarz geht glaube ich auch So, so, so Was heißt hier so Alright, doch Das passt hier schon Das passt hier schon Das heißt, ich mache den Boden Noch irgendwie, äh Zu Sand Und ich mache es zu Irgendwie, äh Grau Wolle Dann kann ich hier noch Anderen Ich kann auch so ein, ähm Orange Ich kann auch so ein Nemo bauen Wenn ihr wisst, was ich meine White Dings Äh, nehme ich gleich Wolle Der hat so Da du ich Dings Ganz schnell Nemo So Ein kleiner Nemo So ein weißer Streifen Schnell rein Alright Es könnte echt was werden, Leute Actually jetzt Es könnte das werden Hier so ein kleiner Dicken Kopf So Doch, doch, doch Das passt schon Das passt schon hier Ganz kleiner Nemo hier Muss die Flossen noch Ein bisschen kleiner machen Ja, so Doch, das passt Hier so ein kleiner Nemo Der hier hat noch So Braucht noch solche Zeiten Flossen Alright Doch, das ist eigentlich Relativ cool hier Irgendwie Ich brauche noch Irgendwie Korallen Oder so Irgendwie ein anderer Grüne Koralle Irgendwie eine Koralle Alright 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 Ich weiß, wenn ihr Irgendwie schreibt Hier, es gibt Korallen Es gibt ja auch Korallen Hier in Dings In Minecraft Nur Darf man hier Aber hier nicht benutzen Das kann ich noch Ich kann ja auch noch So unebenheiten bauen Am Grund hier Aber sonst bin ich eigentlich Fertig hier Nice Das sieht eigentlich Richtig cool aus Kann ich auch mal Gleich ein komplettes Bild geben Genau Steine Riesenstein Kann ich ja noch Bauen Wo Stein Stein Stone Cobblestone In Cobblestone Normalen Stone Das muss sonst Ich könnte echt Gewinnen Ich könnte es echt holen Oder zumindest Irgendwie in die Top 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 Dreie kommen Ein paar unebenheiten Brauche ich hier noch Vorne auch Ein kleiner Stern Doch das sieht eigentlich Cool aus Sieht cool aus Actually Hier mit dem kleinen Nemo Hier mit dem kleinen Hei Das sieht echt cool aus Actually Ich bin echt Meins ist direkt das erste Das sieht echt cool aus Was geben die hier Der eine gibt legendary Der eine gibt poop Der gibt episch Das sieht echt cool aus Das ist epic Ja ich mein Es ist echt cool Und meins Lol Die haben alle episch Der gibt legend der Ist legend der Ist legend der Es ist legend der Leute Es ist echt legend der Es ist echt legend der Wir haben es echt geholt Leute Ehrlich jetzt Oh mein Gott Ich hab echt nicht gedacht Okay es gibt Es gibt poop Es gibt poop Es ist nicht unter Es ist über Wasser Es gibt wirklich Oh mein Gott Wir haben echt legend der Wieder bekommen Ja das ist easy win Leute Oh mein Gott Ich hab echt gedacht Ich hab echt gedacht Das hier legend der Äh Von Okay es gibt okay Ich hab jetzt vergessen Zu worten Egal Ist das krabbe Das kriegt Das kriegt ein gut Gut Das ist echt cool Hier baut Auch da warst du mit den Dings hier Crab ray Streift Aber das sieht echt Das sieht cool aus Weiß jetzt nicht was das ist Ach so das spielt Irgendwas soll das echt Crab ray Ich weiß nicht Was sieht richtig cool aus Hier mit dem kleinen koralle Das sind nur korallen Das kriegt ähm Poop Weil es Sind halt nur korallen Und ja keine ahnung Aber meins war echt cool LOL Okay ähm So Acht sekunden Da ist das nächste Ich werde safe bin Das war wirklich legendary Es ist halt so cool Oh mein Gott So Was ist das nächste Ja was Ja das ist so Es kriegt Es kriegt okay Er wollte schon unter Wasser bauen Ähm Er ist nicht fertig geworden Äh Okay Es ist okay Es geht Es ist nicht schlecht hier Äh Der 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 Ocean Ja es ist wirklich Ja keine ahnung Es kriegt ein okay Immerhin Äh Ich bin echt neugierig Wer jetzt weiter Und dritter wird Weil Wahrscheinlich wird Grabein die zweite Oder so SpongeBob Okay das kriegt gut 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 Idee Gute idee Actually Das war Das kriegt gut Mein kleines Pfannenwender Das kriegt echt gut Und der Dings I forgot the nose Hat Spongebob Eine Nase Nee nicht Er hat Ganz lächer Weil Er schaut ja aus wie ein Schweizer Käse Actually Also ist ja ein Schwamm Aber schaut irgendwie aus wie die Schweizer Käse Ganz Lächer hier Was ist das Das kriegt Das kriegt Ähm Das kriegt gut Äh Es kriegt okay Weil es pixelart leicht ist Kriegt okay Äh Kriegt man damage Wenn man unter Wasser ist Glaubt ihr Nee kriegt man nicht Äh Ja ist ein bisschen pixelart Das finde ich okay Nur Äh Genau so eine Krak Hätte ich noch bauen können Wir machen alles Alles unter Wasser Ja Was ist das hier Äh Das kriegt okay Mal alles sowas Ich habe halt 2D gebaut Das sieht echt cool aus hier Alright So Ähm Habe ich eine grüne Krake Ich habe noch nie Grüne Krake Oder Oktopus Wie immer Hier Hauptsatz heißt I want a long name Aber ich habe noch nie Eine grüne Krake gesehen Also so ein Oktopus Ja Das kriegt wieder Poop Weil es halt nicht Es hat nichts Ähm Ich meine Temple Ja es kriegt Poop Ist es nicht unter Wasser Schon wieder Jaja es kriegt Poop Finde ich Aber die Dings Sind auch nicht schlecht Ich verfolge mich sogar Mit den Augen Ähm Alright Xan Xnattern Nicht schlecht Nicht schlecht Nicht schlecht Was ist das hier Underwater Ja das kriegt super Poop Es ist so ein Unterwasser Bunker Es hat nichts mit Water Wirklich zu tun Es ist Underwater Aber Ja ich finde es nicht So cool Ich finde es Meinsam cool zu nehmen Mit Nemo Mit den guten Hey 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 Cool Äh was ist das nächste Ich glaube das war es Ist auch schon oder Ich glaube das war es Oder zwei noch oder Oder war es das Ja das war es Hier noch mal Meins Richtig cool Hier noch einmal Zum ansehen Warte ich Ich mache noch kurz Ein Screenshot Hier So So ein kleines Screenshot Redino Ähm Alright So nice Ja dann würde ich mir sagen Lasst ein Like und ein Abo da Hier Okay ich bin schon In der nächsten Ich glaube hier Äh Dings geworden Lasst ein Like und ein Abo da Für mehr Minecraft Ähm Gutes Alter Master Builders Dann kriege ich mir vielleicht Legendary Und ja Lasst ein Like und ein Abo da Und Ciao Outro